Eddie Murphy verrät, so schüchtern der King of Pop. Wer hätte das gedacht? Eddie Murphy, 61, ist vielen als Schauspieler in Komödien bekannt. Seine Karriere hatte bereits in den frühen 80er Jahren mit seinen Comedy-Sketches bei Satur Day Night Live Art aufgenommen. Als Legender gelten bis heute seine Imitationen von Michael Jackson, Römisches Kreuz, 50. Eddie und den King of Pop verbannt eine jahrelange Freundschaft. Jetzt teilte der Komiker eine Erinnerung an seinen Freund Michael. Der Ausgangspunkt seiner Anekdote war das Haus von niemand geringerem als Hermie Davis Jr., der in den 1980er Jahren regelmäßig Filmabende bei sich veranstaltete. Dazu hatte er viele seiner berühmten Freunde eingeladen, unter anderem auch Eddie und Michael. Der 61-Jährige verriet in der Jimmy Kimmel Live-Show, dass der Triller-Interpret inmitten der prominenten Gesellschaft extrem nervös und schüchtern gewesen sein soll. Daraufhin habe er sich einfach hinter einer Tür versteckt. Da sind so viele Menschen. Eddie, komm, soll er zu dem der Dolittle-Darsteller gesagt und ihn in sein Versteck gelockt haben. Auf die Frage, ob sich sein Weggefährte durch seine Parodien jemals persönlich angegriffen gefühlt habe, antwortete der Komiker mit einem Nein. Er betonte, dass seine Witze nie böse gemeint waren und er und Michael einander gut genug dafür kannten. Er betonte, dass seine Witze nie böse gemeint sind. Er betonte, dass seine Witze nicht auch rechtfertigen.